Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die beliebtesten Endgame Runenworte, in welche Items sie meist gebaut werden und wie teuer man hohe Rolls vertradet bekommt. Auf geht's. Auf Platz Nummer 10 haben wir Mosaik. Hier sind sowohl die Rolls vom Runenwort, als auch die Automods des Rollings ausschlaggebend. Phönix Schlag und Donnerklauen auf 3 sind sehr stark. Der erhöhte Schaden ist dagegen nicht ganz so entscheidend, ebenso wie der Klauen-Typ. Runenklauen, Großkrallen und Barbarenkrallen haben jedoch die beste Attack Speed. Bei Tradery ist ein extrem gutes Exemplar von Mosaik für 100 Jahr verkauft worden. Auf Platz 9 hätten wir das Runenwort Phönix. Caster nutzen es gerne wegen der Rücknahmeaura, Nahkämpfer wegen dem erhöhten Schaden. Im Idealfall ist also beides gut gerollt. 15 Aura und 400 Schaden sind max. Außerdem variieren auch Verteidigung gegen Geschosse und Feuerabsorb. Oft wird Phönix in einem Monarchen gebaut, am teuersten sind jedoch Heilige Tage und Vortex Schild. Dort können noch bis zu 65% erhöhter Schaden dazu rollen, was einen Gesamtwert von 465 ergibt. Gute Rolls in guten Rohlingen wurden auch schon für 70-80 Jahre gehandelt. Auf Platz 8 haben wir Herz der Eiche. Das Runenwort wird fast ausschließlich in Phlegel gebaut und von allen möglichen Castern benutzt. Doch ein perfekter Roll kann dennoch dem einen oder anderen ein paar High Runes wert sein. Es rollen nur die Resistenzen von 30 bis 40. Platz Nummer 7. Eine klassische Waffe für die Söldner von Castern. Einsicht. Die Meditationsaura rollt bis 17, aber auch Schaden, Angriffswert und kritischer Schlag variieren. Früher war es ausschließlich in Stangenwaffen verfügbar, heute kann man das Runenwort auch in Bögen bauen. Ein guter Roll in einer ätherischen Elite Stangenwaffe kann auch ein paar High Runes kosten. Auf Platz Nummer 6 haben wir das Runenwort Stärke. Es gibt physischen Charakteren einen ordentlichen Schadensboost, aber auch Caster bauen die Rüstung oft für ihre Begleiter. Die beliebtesten Rohlinge sind Archonplatte und ätherische Heilige Rüstung. Da das Runenwort nicht allzu teuer zu bauen ist, ist auch der Handelswert vergleichsweise niedrig. Es rollen die Resistenzen bis 30 und leben bis 1,5 pro Charakterlevel. Auf Platz 5 haben wir Infinity. Vor allem für Blitzbilds lange Pflichtprogramm gewesen. Doch seit Thunder Charms kann jedes Element von der Verurteilungsaura profitieren. Oft bekommt die Waffe der Söldner, doch manche Amazonen und Zauberinnenbilds tragen die Waffe auch gern selbst und profitieren dann auch von den bis zu minus 55% Blitzwiderstand für Monster. Der Schaden rollt außerdem bis zu 325%. Beliebte Rohlinge sind Menschenfänger, Sensen oder diverse ätherische Elite Stangenwaffen. Hohe Rolls werden bis zu 40 Jahre gehandelt. Platz Nummer 4 Grief Es wird hauptsächlich in Phasenklingen gebaut, aber auch Berserker-Exte, Kolossklingen und Biedenhänder sind gängig. Am wichtigsten sind die Rolls für Angriffsgeschwindigkeit, die rollt von 30 bis 40% und natürlich der zusätzliche Schaden, der variiert von 340 bis 400. Leben nach Kill rollt außerdem von 10 bis 15 und Minus Giftwiderstand von 20 bis 25%. Hier könnt ihr sehen, dass gute Rolls ne Menge einbringen können. Wer Low Runen über hat und sein Glück auf die Probe stellen will, baut also besser Griefs als Fortis. Um richtig abzusahnen braucht man aber auch die perfekten Rohlinge. Auf Platz Nummer 3 das wohl meist gebaute Runenwort schlechthin. Spirit. Schon Low Level Charaktere nutzen es zumindest im Schwert, Paladine da auch schon im Schild. Und im Endgame sind die plus 2 zu allen Skills und bis zu 35% Zauberrate auf dem Schild Best in Slot. Der Standard-Rolling wäre ein Monarch, doch in einem guten Paladin Schild kann ein 35er Roll noch viel mehr wert sein. Heilige Tagen oder Vortex Schilde mit 45% zu allen Resistenzen zum Beispiel werden hoch gehandelt. Wobei der Rolling selbst in dem Fall natürlich auch einen großen Teil des Preises ausmacht. Auf Platz Nummer 2 ebenfalls ein Runenwort, das fast jeder Endgame-Bild nutzt. Weshalb es vielleicht sogar auf den ersten Platz gehören würde. Ruf zu den Waffen oder kurz CTA. Hier ist der Roll für Kampfbefehle am wichtigsten, da möchte man natürlich volle 6 Punkte haben. Der Rolling ist oft ein Kristallschwert oder ein Flegel, damit es jeder easy tragen kann. Low Level Äxte funktionieren aber auch, wenn man sich etwas von der Masse abheben will. Perfekte 664 Rolls sind besonders viel wert, über 20 Jahre wurden schon für solche Exemplare gezahlt. Auf dem ersten Platz haben wir letztendlich, wer hätte es gedacht, Enigma. Eine geradezu legendäre Rüstung, die so gut wie jeder Tri im Endgame wegen Teleport spielt. Abgesehen von Zauberinnen oder Verwandlungsdroiden. Die beliebtesten Rollinge sind Aachon-Platten-Rüstungen und Magier-Platten-Rüstungen. Auch wenn nur der Verteidigungswert rollt und dieser nicht wirklich wichtig ist, wurden perfekte Exemplare zum Teil doch sehr hoch gehandelt. 25 Jahre für eine Enigma sind schon etwas dekadent. Damit sind wir auch schon am Ende des Beitrags. Welche Runenworte baut ihr am liebsten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich für heute, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Kommt schon, folgt mir.